Mit diesem Bild von Feigen an einem Feigenbaum herzlich willkommen zur Atempause der täglichen Online-Bibeleseandacht mit dem Herzen im Himmel und beiden Beinen auf dem Boden. Auch heute am Montag, den 25. September, wollen wir Fortsetzung machen mit dem ökumenischen Bibelleseplan. Heute ist Lukas 13, 6 bis 9 dran, diese vier Verse. Und ich habe dazu das Thema gewählt, befristete Gnade? So ein Feigenbaum, das gibt es ja in den Breitengraden von Israel ganz viel. Und Jesus gebraucht ein Gleichnis von einem Feigenbaum, um eine sehr wichtige Botschaft seinen Zuhörern mitzuteilen und zu kommunizieren. Nämlich, was passiert eigentlich, wenn so ein Feigenbaum gar keine Feigen trägt, wenn er keine Frucht bringt, sondern einfach nur dasteht und nichts hervorbringt? Was soll dann der Besitzer damit machen und der Gärtner, der ausführt, was der Besitzer sagt? Lesen wir da mal rein, Lukas 13, 6 bis 9. Er sagt ihm aber dies Gleichnis, es hatte einer einen Feigenbaum, der war gepflanzt in seinem Weinberg, und er kam und suchte Frucht darauf und fand keine. Da sprach er zu dem Weingärtner, siehe, drei Jahre komme ich und suche Frucht an diesem Feigenbaum und finde keine. So haue ihn ab. Was nimmt er dem Boden die Kraft? Er beantwortete und sprach zu ihm, Herr, lass ihn noch dies Jahr, bis ich um ihn herumgrabe und ihn dünge. Vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so haue ihn ab. So ein Besitzer von einem Weinberg, der hatte verschiedene Stauden und Pflanzen in seinem Weinberg. Nicht nur Wein, sondern auch andere Sträucher und andere Pflanzen, andere Bäume, wie zum Beispiel auch ein Feigenbaum. So wurden die ganz unterschiedlichen Mineralien im Boden auch ganz unterschiedlich genutzt. Es war so ein Mischanbau, auch wenn natürlich der Weinanbau bei einem Weingärtner die Hauptsache war. Und jetzt kommt Jesus in dieser Gleichnisgeschichte zu dem Punkt, dass dieser Feigenbaum überhaupt keine Frucht trägt, schon drei Jahre lang nicht. Und das ist für jemanden, der Bäume anbaut, damit sie Frucht bringen, damit man sie verkaufen kann oder verwerten kann, schon ein richtiges Problem. Was soll man denn einen Feigenbaum da stehen lassen, der überhaupt keinen Nutzen bringt, der keine Ergebnisse liefert, der einfach nur dasteht, das Wasser und die Mineralien und so weiter, die Nährstoffe aus dem Boden zieht und ansonsten gar nichts macht. Und so kommt es zu dieser Situation, wo der Weingärtner den Baum bewahren muss, davor, dass der Weinbergbesitzer ihn gleich umhackt. Und der Weingärtner, der sagt, vielleicht bringt er doch noch Frucht, wenn aber nicht, so hau ihn ab. Und dem geht es zuvor, dass er sagt, er will diesem Baum noch eine Chance geben, er will umgraben und düngen und will sehen, ob er diesem Baum nicht doch zur Frucht verhelfen kann. Und scheinbar lässt sich der Weinbergbesitzer darauf ein. Es gibt noch eine Gnadenfrist für diesen Feigenbaum. Der Weinbergbesitzer ist Gott. Der Weingärtner ist Jesus. Und der Feigenbaum, das sind wir, das sind die Menschen, das sind diejenigen, die Gott so führen möchte, dass sie Frucht bringen mit ihrem Leben. Was ist Frucht? Beim Feigenbaum ist es klar, beim Feigenbaum sind es die Feigen, beim Wein sind es die Trauben, beim Apfelbaum ist der Apfel, beim Orangenbaum die Orange und so weiter. Frucht im Leben eines Menschen kann man vielleicht am besten so definieren, das sind Folgewirkungen unseres Lebens, die in Gottes Augen wertvoll sind. Das ist Frucht. Auswirkungen, Folgewirkungen unseres Lebens, die in Gottes Augen wertvoll sind. Wie zum Beispiel alles, wo wir tatsächlich aus Liebe geredet und gehandelt haben. Das ist und bleibt wertvoll in Gottes Augen. Oder alles, wo wir um Gerechtigkeit gekämpft haben für andere. Alles, wo wir anderen geholfen haben, wo wir unterstützt haben, wo wir das Miteinander gesucht haben. Alles, was konstruktiv, was aufbauend, was hilfreich ist, all das sind Früchte in Gottes Augen. Wenn diese ausbleiben, was ist dann da? Da ist vielleicht sinnloser Zeitvertreib, Zeitverschwendung, Kraftvergeudung. Da ist vielleicht Gier, falsches Streben, Ehrgeiz, Dinge, die nicht wie Früchte heranreifen in unserem Leben, sondern eher wie Steine sind, die uns beschweren. Wenn man Steine in ein Feld sät, da wird nie was bei rauskommen. Wenn man Samen sät, dann wird etwas wachsen. Also Frucht in unserem Leben, in den Augen Gottes, ist das, was Gott gefällt. Das, was aus Liebe geschieht. Das, was am Ende zählt. Das, was wir im Gericht Gottes, Gott zeigen können. Und er sagt, gut gemacht. Well done. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Wie wir das aus dem Masteus-Evangelium vom Endgericht kennen und von dem Gleichnis von den anvertrauten Funden. Matthäus 25. Frucht bringen. Das ist Gottes Ziel mit uns Menschen. Und so gebraucht Jesus dieses Gleichnis, um zu sagen, hey Leute, es geht darum, dass euer Leben Frucht bringt. Und zwar in Gottes Augen. Und überprüft das doch mal endlich. Überprüft das, ob ihr nicht umkehren müsst, weil ihr eure Zeit, eure Kraft in Dinge investiert, die in Gottes Augen gar nicht wichtig und gar nicht wertvoll sind. Und so gibt es für diesen Feigenbaum in diesem Gleichnis eine Gnadenfrist. Und wenn Jesus der Weingärtner ist, der sagt, oh, ich werde nochmal umgraben und ich werde nochmal düngen und gib ihm noch ein Jahr, dann ist darauf angespielt, dass mit Jesus die Zeit der Gnade beginnt. Die Zeit der Gnade, wo jeder Mensch eingeladen ist, umzukehren von falschen Wegen, umzukehren, umzukehren von Ungehorsam gegenüber Gott, umzukehren von dem, was uns von Gott wegführt, umzukehren von dem, was wir ohne Gott und gegen Gott tun. Und dass wir anfangen, mit Gott und für Gott zu leben, dass unser Leben Früchte bringt. Die Zeit der Gnade ist eine Zeit der Gnade. Da kann man neu anfangen. Da kann man sich neu Gott anvertrauen. Da findet man eine neue Chance. Auch wenn man bisher wenig Früchte oder keine Früchte gebracht hat, da gibt es eine neue Chance. Es wird neu gedüngt, neu umgegraben. Jesus, der gegenwärtige Herr, ist am Werk und will unser Leben neu umgraben, neu düngen. Dass anderes herauskommt als sinnloses und verschwenderisches, sondern fruchtbares und wertvolles und bleibendes. Und diese Zeit der Gnade, so sagt Jesus, ist befristet. Da heißt es noch ein Jahr. So ist die Zeit der Gnade seit Jesus befristet. Am Ende der Zeiten kommt Jesus Christus wieder, richtet seine Herrschaft auf. Und jeder Mann wird und jede Frau wird vor Gottes Thron stehen und vor dem Gericht Gottes stehen. Bei Jesus ist das eine Selbstverständlichkeit in der Verkündigung, dass die ganze Menschheit auf das Gericht Gottes zugeht. Erstaunlicherweise ist das in der Verkündigung heute so gut wie unter den Tisch gefallen, was ich denke ein großer Fehler in unserer Theologie und Verkündigung ist. Es macht nämlich die Liebe und die Gnade Gottes zu einer harmlosen Zusage ohne Folgewirkung. Nein, nein, es geht darum, wenn wir in der Zeit der Gnade, die mit Jesus angebrochen ist, Gottes Liebe und Gnade und Begnadigung annehmen. Es geht darum, dass wir dabei anfangen, Früchte zu bringen, also Dinge zu tun, die Gott gefallen und in Gottes Augen wertvoll sind. So dass wir im Gericht Gottes nicht mit leeren Händen dastehen müssen, sondern erkennbar wird, wie Gottes Liebe und Gnade sich in uns ausgewirkt hat, damit es für andere zum Segen geworden ist. So ein Gerichtswort hat nicht das Ziel, dass wir Panik haben vor dem Gericht, hat nicht das Ziel, dass Gott uns in die Pfanne hauen will, dass er schon jetzt uns warnt, wie er mit uns umspringen wird, sondern all diese Gerichtsworte von Jesus, auch aus den letzten Tagen nach Lukas 12 und 13, sind ein Weckruf, sind ein Ruf zur Umkehr. Das Ziel von Jesus damit ist, dass wir anfangen, Früchte zu bringen, dass wir die Liebe und Gnade Gottes in uns wirksam werden lassen und dass tatsächlich daraus Folgewirkungen entstehen. Und deshalb ruft uns Jesus zur Umkehr, damit sich was ändert und damit Früchte entstehen, für die wir dankbar sein können, weil Gott sie in uns und durch uns gewirkt hat. Und wenn wir so ein Bild sehen von solchen Feigen am Baum, dann kriegen wir, glaube ich, Lust drauf, zu sagen, ja, ich möchte so einer sein, der Frucht bringt. Danke, dass du uns konfrontierst, Herr, mit der Fruchtlosigkeit unseres Lebens, wo wir erkennen müssen, wir beschäftigen uns mit den falschen Dingen, wir haben falsche Ziele, wir haben Dinge, wo wir, wenn wir sie näher betrachten, ganz klar sagen müssen, sie passen nicht zu Gott, sie sind nicht zielführend, sie helfen nicht, sie sind nicht konstruktiv, sind einfach nur falsch. Und danke, dass du uns damit konfrontierst, weil du möchtest, dass unser Leben fruchtvoll wird, mit Ergebnissen, die dich freuen und für die wir dankbar sein können. Und so bitte ich dich, Herr, dass du uns hilfst, unsere Prioritäten zu überdenken, wie wir unsere Zeit, unser Geld, unsere Kraft einsetzen. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, zu überdenken, was wir wie ändern können, damit mehr Konstruktives durch uns geschieht, damit mehr Liebe bei anderen durch uns ankommt und dass mehr Konstruktives und Aufbauendes und Hilfreiches durch uns geschieht und wir so ein Baum sind mit guten Früchten. Hilf uns, Herr, zur Inventur und hilf uns, gute Entscheidungen zu treffen, damit unser Leben immer mehr Früchte trägt. Das bitte ich dich für mich und für jeden, der das hier sieht und hört. Hilf uns, Herr, deine Prioritäten zu setzen und Frucht zu bringen, auch heute. Amen. Befristete Gnade, Fragezeichen, war das Thema heute, der Atempause am 25. September nach Lukas 13, 6 bis 9. Jetzt hat jeder Zeit und Gelegenheit für ein persönlichen Gebet zum Reden mit dem gegenwärtigen Jesus Christus, um dieses Thema mit ihm zu besprechen. Was in meinem Leben ist fruchtlos? Was bringt Früchte und wie kann ich meine Prioritäten ändern, damit immer mehr Früchte entstehen? Das kann sehr persönlich und sehr intensiv werden, wenn wir uns auf diese Fragestellung einlassen. Und dazu möchte ich jeden herzlich einladen, heute bei der persönlichen Gebetszeit, die dieser Atempause folgen darf. Morgen machen wir Fortsetzung mit dem Lukas-Evangelium. Ich freue mich schon drauf, dass wir uns morgen am Dienstag hoffentlich wiedersehen. Bis dahin, Gott segne dich, Gott behüte dich. Und ist das nicht ein motivierendes Bild? Da sind Feigen am Feigenbaum, da sind Früchte am Baum. So möge unser Leben auch sein. Bis morgen.